Verstecken wir uns! Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Deine Mutter. Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Peter, entschuldigst du uns anrufen? Peter, entschuldigst du uns anrufen? Peter, entschuldigst du uns anrufen? Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten zehn Jahren ist Free passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wow, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und sieh's dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Peter, wir werden die Welt heilen. Und bestätigt, Strikeforce K1 im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht. Schon wieder. Schon wieder. Mein Name ist Miles Morales. Und mir ist schon langweilig. Hey Miles, hast du zu tun? Ich brauche... Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten im Red. Klingt gut. Sag es mir unterwegs. Sieh mich nicht so an, Dad. Ich mache nur eine Pause. Hallo, Micho. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz, ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen mal. Ach... Einen Moment bitte. Ähm... Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Genau so war's bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an. Ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und es... Naja... Es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma... Bei Pastelon bin ich immer dabei. Bis dann. Okay. Natürlich. Ich sollte zum Raft. Vielleicht können mir die Windkanäle helfen. Da ist noch einer. Ab in den Aufwind. Wohohoho. Langsam habe ich den Reh raus. Noch ein Aufwind. Ich check mal die Aussicht. Der Wind ist einfach cool. Hey Miles, ich bin gleich beim Raft. Bist du auf dem Weg? Aber klar doch. Wen sollen wir babysitten? MJ hat gestern den Tipp gekriegt, dass Scorpion nach Ravencroft verlegt wird. Die Ressourcen werden knapp, seit Sandman bei ihm ist. Scorpion rastet manchmal richtig aus. Ich werde da sein. Hey, noch einer von Marcos Erinnerungskristall. Ich sollte mich drum kümmern. Hey, Mann. Schön, dass du hier bist. Anscheinend gerade rechtzeitig. Immer weiter, Gargen. Bereit für die nächsten. Die nächsten? Ich dachte, wir babysitten heute nur Scorpion. Martin Li. Martin Li. Miles. Schon gut. Ich bin okay. Ein bisschen früh für Feuerwerk. Wir müssen los. Rot. Gelb. Wenn diese... Schauen Sie, dass die Gefangenen sicher sind! Ich übernehme links. Schützen Sie das Schiff! Bei mir vor mir an! Ja, bitte! Bei mir vor mir an! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, bitte! Ja, bitte! Nein da, ich bin noch. Ich hätte mich wirklich aufwärmen sollen. Dein Kopf gibt eine schöne Torfee ab. Wow, die Dinge sind scharf. Ihr seid wohl neu hier. Hi, ich bin Spider-Man. Falls ihr es nicht wusstet, das sind ganz üble Typen. Die sollten schön im Knast bleiben. Mach, was du wegkommst. Das geht dich nichts an. Na gut, überspringen wir die Begrüßung.